Die Bete und den Händen des Möbelstreckens haben geholfen, Satzball abgehört. Und die Netspanne spielt Fabius Eroba. Hier geht jemand noch mal die Gangsaufnummer sicher. Die Bete und den Spreit zum Platz 1. Ja, haben wir die Zeit. Ja, ja. Ach, schlechthin! Da! Mach! Ach, mach! Ach, mach! 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 Nice. Hätte auch drüber rellen können. So knapp, bis der Stand zu spielen. Und wieder mit Spann Tobi Erez. Ein Schnäppchen. Das steht in die Verlängerung. Zwei zu zwei. Der Fünfte muss entscheiden. Stabber. Vielen Dank.